Ich begrüße Sie ganz herzlich zu den Bundeswehr-TV-Nachrichten. In Würzburg fand gestern die 62. Tagung der Heeresorganisation Finabel statt. Finabel ist ein Zusammenschluss von zehn europäischen NATO-Mitgliedsstaaten. Der Name geht auf die Gründungsmitglieder von 1953, Frankreich, Italien, die Niederlande, Deutschland, Belgien und Luxemburg zurück. Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Hans-Otto Budde, nahm ebenso an dem Treffen teil wie neun weitere Befehlshaber der Landstreitkräfte aus europäischen Staaten. Die Aufgaben der Organisation sind weit gefächert. Das ist beispielsweise die Ausbildung, die Harmonisierung der Ausbildung, die Verbesserung der Interoperabilität. Denn wenn Sie mal schauen auf den Balkan oder nach Afghanistan, dann werden Sie feststellen, dass keine Nation allein für sich eine Operation durchführt. Es ist immer in der Multinationalität. Und alles, was da beigetragen werden kann, um dieses weiter zu verbessern, das machen wir in Finabel. Durch diese verstärkte Zusammenarbeit wird deutschen Soldaten im Einsatz die Kommunikation mit den ausländischen Kameraden erleichtert. Das war Bundeswehr TV für diese Woche. Das gesamte Team wünscht Ihnen ein schönes und hoffentlich erholsames Wochenende. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, Montag, Punkt 9 Uhr wieder. Bis dahin passen Sie gut auf sich auf, wo immer Sie gerade sind. Tschüss. Tschüss.